Hey ihr Lieben, ich hoffe ihr hattet einen wunder, 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 wunderschönen Tag. So, ich habe mir gedacht, dass wir schon lange, 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 lange kein Buchvideo mehr gemacht haben. Viele wünschen sich das, deswegen machen wir das heute. Wir machen Tracing, 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 Tracing von Buchtiteln. Und ich werde versuchen, euch meine Meinung zu den Büchern zu geben im Inaudible Whispering Style. Ich werde auch ein bisschen übertreiben, damit das Ganze auch unterhaltsamer ist. Okay, also fangen wir an mit dem ersten Buch. Lied ich das schon sehr. Let's trace first. Ever. Ever and after. Ever and after. Von Stella. Von Stella. Vonacke. 哦. Ever and before. Ever and ever and before. Let's try. aconteceu gallonen. und ähm, Prinz. Okay. Also, dieses Buch hat mir wieder absolut nicht gefallen. Es hat mir absolut nicht gefallen. Und ich bin so, so selten. Ich hab das Buch zum Weihnachten geschenkt bekommen. Es war mir irgendwie viel zu unrealistisch. Ein kleines Fantasy. Es soll unrealistisch sein. Aber einfach, ähm, die Sache, dass die Nachbarn sind. Und die Nachbarn von Schneepäckchen und Dunröschen. Deswegen nur Schneepäckchen und Dunröschen. Auch ein Käppchen. Cinderella. Heute Marie, Einfüllung, Gretel und Schneeweiß. Ja, so gut. Ich konnte mir das Ding vielleicht überhaupt gar nicht vorstellen. Also es geht darum, dass die Protagonist dann irgendwie so einen Fluch erweckt. Oder wieder auferwecken lässt. Keine Ahnung. Und, ähm, teilweise fand ich das auch ein bisschen brutal und, ähm, eklig. Also ich, ich, ich konnte es nicht, ich konnte es nicht lesen. Ich musste es zum Ende hin abbrechen. Ich hab's wirklich versucht. Aber ich hab mir gedacht, okay, bevor du das jetzt einfach so durchbruchst, ich hab's wirklich viele ansiedeln. Also ich hab's wirklich so ein bisschen ein bisschen geliefert. Das macht eigentlich ein bisschen. Brich ist einfach direkt ab. Brich ist direkt ab. Brich ist direkt ab. Es ist eine Bitte noch, dass die Annotesung mehr wieder in der zweiten Schenk. von meinem Freund zu Weihnachten. No, 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 no. I'm so sorry, Stella. No, 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 I couldn't, I just couldn't. Es war mir einfach so dumm. Mir ein bisschen lief, war das so dumm. Ich möchte aber hier an dieser Stelle sagen, dass egal, was ich für Meinungen abgebe zu den Büchern, es kann immer sein, dass euch das Buch gefällt, sodass du dich bitte nicht von meiner Meinung irgendwie beeinflussen. Das ist jetzt auch wirklich übertrieben und auch zum Zweck des Videos. Aber I just couldn't, I just couldn't. Dann habe mir das hier, was ich mir dabei gedacht habe. Sexy, rich. Fans. Femme. Buyers. Van. Genever. Lee. Jennifer Lee. Jennifer Lee Verlutige Versuchung Sexy Rich Vampires Sexy Rich Vampires Was soll ich denn sagen? Dieses Buch hat ein praktischer Stereotyper über Vampire von oben bis unten abgedeckt, von A bis Z. Also man, ich sag mal so, es war ein bisschen zu übertrieben. Ich hätte mir gewünscht, dass es nicht so eindeutig ist und ein bisschen cooler und nicht so... Die ist offensichtlich einfach. Also, ich muss das leider auch abbrechen. Weil auch dieses Buch mir ein bisschen zu dumm war. Also, das ist mir über die Hände. Also, ich darf euch das Video ausprobieren. Ehh, das ist mir über die Hände. Und da ist mir über die Hände. Das ist mir über die Hände. Ich bin über die Hände. Also, ich versuche das erste Liste. Und dann, wenn ich mich über die Hände. Ernsthaft? Warum werden Vampire immer so dargestellt? Ja, also das war mir irgendwie viel zu direkt, viel zu offensiv, viel zu prototypisch. Und deswegen war es auch boring. Und dann waren die auf so einem Vampireball, aber es war kein richtiger Vampireball. Es war so ein Orgierball. Da war es irgendwie bei mir vorbei, weil ich das einfach so unglaublich fand. Und das ist bei mir das Problem mit Fantasy. Wenn ich etwas viel so unglaubwürdig finde, da kann ich nicht weiterlesen. Deswegen nehme ich jetzt auch einen Step Back from Fantasy. Ich glaube, das ist einfach nicht für mich. Jetzt ein Buch, was ich mache. Mitfedest... Den ersten habe ich auch gelesen. Den fand ich auch super. Dann habe ich mir den zweiten gegeben. Das kommt bald auch noch ein drittes Teil aus. Dieses Buch hat mir sehr gut gefallen. Es war mystisch. Es war interessant. Es hat eine Spannung. Auf jeden Fall, es hat die ganze Selle Spannung behalten. Und man möchte halt wissen, wie es weitergeht. Man möchte halt wirklich wissen, wie es weitergeht. Ich kann mir mal vorstellen, dass viele dieses Buch vielleicht nicht mögen. Mir persönlich ist super gut gefallen. Ich hatte damit eine gute Zeit. Ich konnte das schnell durchlesen. Das ist bei mir immer ein Faktor, dass das Buch gut ist, wenn ich es schnell durchlesen kann. Die zweite ist auch eine sehr schöne Worte. Es ist eine sehr schöne Worte. Das ist mir echt gut. Ich habe eine gute Zeit gewonnen und ja, ich liebe den Schreibstil von Julien Augsburg, es wird sehr spannend und einfach zum Lesen, zum Lesen, zum Lesen, zum Lesen, zum Lesen, zum Lesen. Bis zum Lesen, zum Lesen. Zum Lesen, zum Lesen, zum Lesen, zum Lesen, zum Lesen. Okay, bei diesem Moves-Ticht lange Zeit nicht, wie die es finden soll. Ich würde mal sagen, dass das Moves gewähnt wird. Rundlich gut geschehen. Super, super. Mein Lied wurde ziemlich politisch und für mich persönlich uninteressant. Generell ist das Buch sehr politisch. Es greift auf sehr viele politische Aspekte zurück. Sie hat mir die Geschädigung gefallen, dass man begleitet hat diese Frau ihr ganzes Leben lang. Die Violetta, die lebt um die 100 Jahre. Und was mich über das Buch gefesselt hat, warum mir das Buch gefallen hat, ist, weil es einen historischen Aspekt hat. Und ich lebe Bücher, die in einer anderen Zeit spielen. 20er, 30er, 40er, 50er, 60er. Ich bin großer Fan davon und deswegen hat mir das gut gefallen. Der Schreibstil war, sag ich mal, anspruchsvoll. Anspruchsvoll auf jeden Fall fand ich. Also es war kein Re-Easy-Read für mich. Aber ich hatte damit trotzdem ein bisschen eine ganz angenehme Zeit. Und es war interessant. Also eine der besseren Bücher, die ich auf jeden Fall letztens ein bisschen gelesen habe. Es hatte auf jeden Fall einige Stellen, die ich super langseitig fand. Aber dafür hatte es auch schon wirklich interessant. Es war nicht von vorne bis hinten gut. Sondern es hatte teilweise wirklich für mich persönlich so ein bisschen eine Aktivität abgenommen im Laufe des Lesens. Und so, dass ich dachte, oh, wie viel muss ich noch? Und, ja. Aber, ähm. So. Dann haben wir das hier. Das habe ich noch gar nicht gelesen. Ich habe angefangen, dass ich das erste Kapitel gelesen habe. Ich werde es auf jeden Fall noch mal lesen. Ähm. Schick. 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 Blum. Dumb. Bell. Charm. Fun. Sylvia. Blass. Dumb. Bell. Ich glaube, das ist wohl sehr, sehr viel Potenzial, klar. Ich habe mir das gestern gekauft, also wenn ihr das Video heute seht, dann, ich weiß gar nicht, welches Datum es ist, aber ich habe es mir gestern gekauft. Und es wurde, ich glaube, 1963, 1963 wurde es ausgebracht und es geht um eine Frau, die da New York zieht, für ein, für ein Fashion Magazin zu arbeiten. Und es beschäftigt sich mit den ganzen Stereotypen zu der Zeit, also das spielt in den 50ern. Genau. Also auch wieder ein Roman, der in einer anderen Epoche spielt. Hat auch sehr viele, sehr, sehr gute Bewertungen gehabt auf Amazon. Oh, 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 oh. So. Hier habe ich ein Hops. Hops, Hops, Hops. Hops, Hops. Hops, Hops. Hops, 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 Hops Das ist der zweite Teil von ihrer Reihe, die sind aber relativ unabhängig voneinander. Alle Reihen erzählen eine andere Liebesgeschichte. Den ersten Teil erzählen eine andere Liebesgeschichte. Ich habe den ersten Teil auch nicht gelesen, also ich glaube, das ist gar nicht schlimm. Bis jetzt gefällt mir das so ganz gut. Ich persönlich mag es allerdings nicht so sehr, wenn einige Szenen zu detailliert beschrieben werden. Ich bin dann so, ich will einfach straight to the blood kommen. Ich will wissen, was passiert, ich will wissen, was ist jetzt eigentlich los, wie geht das Ganze aus. Aber manchmal ist es, das Moog ist halt auch so dick. Manchmal ist es halt so ein bisschen drumherum noch was, was ich teilweise so langweilig finde. Weil ich weiß, das wird jetzt wahrscheinlich nicht so sehr zu dem Plot beitragen. Aber das macht die ganze Geschichte irgendwie so ein bisschen runter. Und da muss ich sagen, dass ich manchmal einfach so ein bisschen so wenn... Ich scanne das dann manchmal, weil ich glaube, ich habe so das Gefühl, dann denke ich in dem Moment, okay, das ist nicht wichtig für den Blot. Ich scanne das jetzt einfach mal, damit ich weiß, was ungefähr passiert. Aber eigentlich interessiert es mich nicht, wie die da jetzt alle am Tisch saßen und dass die alle super fröhlich waren. Und wie das Kind sich dann beispielsweise am Gras gedreht hat und mit dem Hund gespielt hat und der Hund hat aufgemacht. Und wie wisst ihr das, was ich meine? Und dann bin ich so ein bisschen... Mal schauen. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist nicht so groß. Mal schauen. Würde ich das Buch jetzt empfehlen? Nein, würde ich nicht. Ich habe auch noch nicht so viel gelesen. Ich habe hier so viel. Auch wenn hier TikTok Box Sensation steht und New York Times Bestseller, muss ich bis jetzt sagen. Es ist gut, aber ich kann es noch nicht weiter empfehlen. Das Reich der sieben Höfe und Tonnen. Und große. Nein, 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 nein. Von Sarah. Sarah. Die Meis. Das ist Alcatar. Alcatar heißt, das ist auf Englisch. Also das sind die Akronyme. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Das ist momentan auch so eine richtige TikTok Sensation. Vielleicht. It wasn't for me. It just wasn't for me. Oh. Ich hatte das Gefühl. Das ist einfach eine Hommage an die Schöne und das Biest. Ich habe das Gefühl, ich weiß ganz genau, was passieren wird. Und das ist bei mir der Moment, wo ich sage, okay, nein, vorbei. Ich kann nicht mehr. Das ist vorbei. Wenn ich weiß, wie das Buch ausgehen wird, ungefähr, und mir der Weg dahin keinen Spaß macht, was bei dem Buch dabei war, dann muss ich das abbrechen. Und ich habe es leider abgebrochen. Ich wollte es nicht abbrechen. Aber ich muss das abbrechen. Wir haben so viel gelesen. 160 Seiten. Das ist auch mein Liebster. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte es auch nicht das Gefühl. Ich finde es lieblich, wenn die was mit diesen ganzen Faces hatte. Also nicht mit den ganzen. Aber das so farbelbasend sexualisiert werden, war für mich irgendwie, oh, ich konnte das nicht. Ich kann verstehen, wenn andere das nicht. Aber für mich persönlich, ich fand es irgendwie abstoßen. Und ich hatte damit keine gute Zeit. Der Anfang war interessant. Aber dann hatte ich einfach das Gefühl, dass ich die schöne und das Biest nochmal hier neu verfilmt, neu verbucht lese. Also für mich einfach... Und eine Sache will ich noch sagen. Das fällt mir gerade ein, wo ich hier die Attikative zu mit diesem Moodle lese. Kommen wir nochmal zu diesem Hinterweich eigentlich recht. Hier stand nämlich sexy, märchenhaft, atemberaubt. Der war absolut gar nicht sexy. Ich fand sie null sexy. Es war märchenhaft, ja. Aber nicht auf so einer märchenhaften Art und Weise. Atemberaubt fand ich das auch überhaupt gar nicht. Aber sexy war das Buch für mich. Zero, 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 zero. Ich hab das Gefühl, ich hab irgendwie nur Bücher, die ich nicht gut fand. Das ist auch leider der Fall in der Zeit gewesen, dass ich so ein paar Picks hatte, die nicht so gut waren. So wie das hier für mich persönlich. Alter. So, dann... von Ewald Rins. Habt ihr auch bestimmt schon mal gesehen. Ich glaub, ich bin einfach nicht der Typ für diese Art von Geschichten. Die Geschichte an sich ist nicht schlecht. Ich fand die süß. Und bei mir auch nicht. Und ich fand den Schreibstil einfach nicht für mich persönlich gut. Ich mochte... Ich mochte den hier lesen. I don't know. Das ist a bit boring. Und ich fand's einfach langweilig. Ich fand's einfach wirklich, wirklich langweilig. Ich hatte auch gar nicht das Bedürfnis, ähm, weiterlesen zu wollen, um zu erfahren, wie das weitergeht. Und die Figuren mochte ich nicht. Ich mochte wieder die Sally, noch mochte ich die Liz. Und das ist... Es war einfach nicht für mich. Es war einfach toll, 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 toll für mich. Aber ich hab schon mal was von ihm gelesen. Und da muss ich sagen... Ja, genau. Und das war das Buch, die Liebe an diesen Tagen. Und das Buch fand ich gut. Da fand ich die Geschichte auch wirklich, wirklich gut. Und den Schreibstil fand ich auch irgendwie für mich besser. Ich bin interessiert, obwohl es so ein Bestseller ist. Genau. Aber das Buch hab ich wenigstens finde gelesen, welches Buch ich überhaupt nicht lesen konnte. Lesen konnte es sind ja das, ja. Girl in Pieces. Girl in Pieces. Girl in Pieces. Und... Bei dem Buch lag es gar nicht mal so sehr wirklich an dem Inhalt. Ähm... Weil ich auch nicht weit gelesen habe. Also ich kann den Inhalt gar nicht so wirklich bewerten. Aber bei mir war es irgendwie wirklich der Schreibstil. Der Schreibstil hat mich so einfach... It turned me off. Und dann hab ich auch gemerkt. Hm... Irgendwie sagt mir also wirklich das Thema und die Geschichte auch nicht zu. Es ist wirklich jetzt nicht getriggert zum Glück. Weil es ähm... Spricht wirklich sehr ernste Themen an. Ähm... Wie Selbstverletzung und so weiter. Da hatte ich auch ein bisschen Stress, dass mich das so... Vielleicht mitnimmt. Das war gar nicht der Fall. Ähm... Aber bei mir war es einfach der Schreibstil. Und ich wollte auch nicht... Ich wollte schon wissen, wie es weitergeht. Aber... Ich glaube, das Buch ist auch gut. Es ist auf jeden Fall anders geschrieben, wie ich finde. Als andere Bücher. Und ich finde es auch... Ähm... Ich kann mir vorstellen, dass man es auch gut findet. Für mich persönlich. Ich weiß nicht. Okay. Das waren alle Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Außer eins. Aber das habe ich jetzt hier nicht inkludiert. Ähm... Oder... Ja. Gelesen. Ähm... Ja. Gerne, 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 Wenn ihr mir eure Buch-Empfehlungen, Empfehlungen, Empfehlungen unten in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Auch wenn es ein bisschen schneller war. Aber ich wollte es mal... Ähm... Ja. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Tschüss. Ciao, ciao.